Hallo bei Inkup Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Vintage Füllfederhalter vorstellen. Zwar geht es heute um den Lamy 25P. So sieht er aus. Der wurde gebaut von 1976 bis 1980. Ich habe mir den Vintage gekauft über eBay Kleinanzeigen und wie immer will ich euch natürlich ein bisschen was erzählen zu dem Füllfederhalter. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Lamy 25P. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Da verrate ich euch wie immer, ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder eher nicht. Und ich sage euch auch, wo ihr ihn vielleicht bekommen könntet und was ihr dafür ausgeben müsst. Dann geht es jetzt los hier bei Inkup Your Pen. So kam er zu mir. Der Lamy 25P. Wie gesagt, das ist ein Modell, das sich in den Jahren 76 bis 80 oder das in den Jahren vertrieben wurde. Und ihr merkt schon, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel und der eine oder andere wird hier vielleicht auch die Verwandtschaft zu einem anderen bekannten Lamy-Produkt erkennen. Ich muss hier mal ein bisschen fokussieren wieder. Also fangen wir mal an. Diese Kappe hier, dieses Material, das ist entliehen dem Lamy 2000. Und zwar ist das auch Makrolon. Man hat in den 70er, 80er Jahren angefangen, etwas preiswertere Füllfederhalter zu bauen. Dazu gehörte dieser hier. Und man hat natürlich da bei bewährten Füllfederhaltern noch Anleiden genommen, um da auch ein bisschen einen edlen Eindruck zu machen. Das Ganze ist sehr aus meiner Sicht Bauhaus inspiriert, wenn ihr euch den Füllfederhalter so anschaut. Klassisches, klassisches Design, schlicht. Also spricht auch natürlich vieles für Lamy. Finde ich sehr, sehr schön. Mir gefällt das sehr gut. Fangen wir mal mit der Kappe an. Hier seht ihr es schon. Mal gucken, dass sie so ein bisschen sehen können. Hier Lamy 25p West Germany. So ist die Kappe beschriftet. Der Clip auch heute noch funktional. Braucht man gar nichts irgendwie daran aussetzen. Auch nach der langen Zeit immer noch alles in Ordnung. Der Verschluss seht ihr hier auch. Hier könnt ihr diese kleinen Nasen da erkennen. Der ist wie beim Lamy 2000 oder bei den ganzen Nachbauten, die jetzt hier auf dem chinesischen Markt zu finden sind. Da gibt es einen von Kako, einen von Jin Hao, den Jin Hao 80 und den Kako Edge. So heißt das andere Modell. Das sind alles Füllfederhalter, auch die diesen, ich sage mal, ich nenne ihn mal Lamy Verschluss hier haben. Ja, also sitzt auch nach der ganzen Zeit Bomben fest. Ziehen wir die Kappe mal ab und schauen uns mal das Griffstück an. Ein Griffstück auch hier aus Makrolon gefertigt. Und wir zogen mal ein bisschen ran. Dann kann man die Feder auch besser erkennen. So kann man noch nicht. Hier mit Lamy gebrandet. Aber die Federstärke steht nicht drauf. Das war früher so und zwar steht die auf dem Griffstück. Ich drehe es euch mal hier rum und da seht ihr hier die Federstärke. Mk. Also das hat mir bisher nicht so allzu viel gesagt. Da gibt es verschiedene Theorien. Mittelkursiv ist eine. Aber schaut euch mal die Federspitze an. Man kann es glaube ich hier ganz gut sehen. Die ist nicht abgeschrägt. Also obliegt ist die in keinem Falle. Und insofern denke ich mal, dass das nicht stimmt. Aber es gibt eine Bezeichnung. So wird sie auch oder wurde sie früher auch von Lamy produziert, eine solche Feder. Und zwar eine mittlere Kugelfeder. Diese Kugelfeder kann man hier so ein bisschen sehen. Das trifft aus meiner Sicht an der auf die Erklärung oder da trifft die Erklärung ins schwarze. Diese Kugelfeder sind ja nicht gerade Anfängerfedern. Aber wenn man eine komplizierte Handschrift hat, dann wurden diese diese Federn wurden einem da empfohlen. Und die mittlere Schreibstärke, die wird hier auch so angegeben. Ich finde sie ist etwas breiter. Auch wenn ihr euch die Feder so anschaut, schaut sie nicht aus wie eine mittlere Feder, sondern aus meiner Sicht eher wie eine Breite. Und so verhält sie sich nachher auch. Das werden wir dann im Schreibtest noch sehen. So, dann schrauben wir hier mal auf. Hier haben wir ein Kunststoffgewinde. Hier haben wir ein Kunststoffgewinde. Also auch beides sehr langlebig. Aber ich glaube, da brauchen wir heute nicht mehr drüber diskutieren. Wie gesagt, wenn er ganz jung ist, ist er von 1980. Entschuldigung. Und wir haben jetzt das Jahr 2022. Das sind Pelikan 4001 Großraumpatronen. Und die passen sehr gut in diesen Füllfederhalter rein. Ich habe versucht, hier einen, weil das Standardpatronen eigentlich sind, ich habe versucht, hier einen Konverter einzusetzen. Dieser Konverter passt gar nicht. Also der wackelt in dem Füllfederhalter drin rum. Der sitzt nicht fest drauf. Also da hätte ich Angst, den mit Tinte zu befüllen. Aber dieser langen Großraumpatronen, ich habe hier mich für Königsblau entschieden, von Pelikan, die passen hervorragend und da gibt es also auch keine Probleme. Okay, soviel zum Griffstück. Dann schauen wir uns nochmal den Schaft hier an. Gebürstetes Aluminium. Sieht sehr edel aus. Hier sieht man so einen leichten Ring von den vielen Jahren der Benutzung, wo dann die Kappe drauf saß. Aber ansonsten sieht der immer noch sehr edel aus. Blick hinein. Kunststoff ausgekleidet. Ja, das Ende des Schaftes als Abschlussstück in Kunststoff gehalten. Und hinten das L für Lamy. Ich hatte es noch vergessen, bei der Patrone zu sagen, dass dieser Füllfederhalter ist entstanden, bevor Lamy seine eigenen Patronen entwickelt hat. Sein eigenes System. Also hier ist es eine Standardpatrone von Pelikan, die hier noch verwendet wird. Okay, dann setzen wir den wieder zusammen und dann kann ich euch gleich sagen, wie es mit Maßen und Gewicht ausschaut. Also dazu müsste ich ihn allerdings erstmal wieder ein bisschen schärfer stellen, damit ihr auch etwas sehen könnt. So wie ich ihn hier halte, nämlich im geschlossenen Zustand, misst der Füllfederhalter 13,5 Zentimeter. Ohne Kappe, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, misst er 13 Zentimeter. Im geschlossenen Zustand 13,5 und mit der Kappe aufgesteckt, so wie ich ihn jetzt hier zeige und ihr seht, der sitzt bombenfest. Da braucht ihr auch keine Bedenken haben, dass der abfällt. Da misst er 14 Zentimeter. Gewicht bringt er mit dieser Tintenpatrone und der Tinte darin auf die Waage 16,1 Gramm. Okay, soviel zum Maßen und Gewicht. Finde ist ein sehr schöner Füllfederhalter und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den kurzen Anschreibproblem Lamy 25P aus dem Jahre 76 bis 80. Der hat eine MK-Feder. Die Tinte ist Pelikan. 4001. Königsblau. Kein Konverter. Der passt nicht. Ich habe keinen passenden gefunden. Vielleicht findet ihr hier einen. Großraum. Das ist eine Stahlfeder. Das hatte ich noch nicht gesagt. Ja, das Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie die Feder hier über das Papier gleitet. Ja, ihr seht schon, kaum Feedback. Ich finde, es ist auch ein schönes Schriftbild. Man hat hier schon ein bisschen Variationen drin. Wenn ihr euch das mal hier anschaut und hier anschaut. Allein durch diese kugelige Feder. Also das sieht, finde ich, sehr schön aus. Warum diese als Anfängerfeder gehandelt wird, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich finde, sie macht ein sehr, sehr schönes Schriftbild. Er hält sich auch sehr gut. Ich bin normal eher ein Mensch, der so etwas kräftigere Füllfederhalter mag, weil die dann bei mir besser in der Hand liegen. Aber das schreibt sich wirklich ganz hervorragend. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Und dann machen wir mal schnell das Schreiben. Mal gucken, was der Tintenfluss da sagt. Er hat einen kurzen Moment. Hier oben seht ihr einen Aussetzer. Aber dann ist er da. Also ihr seht schon, Tintenfluss absolut klasse. Da gibt es kein Problem. Verkehrt herumschreiben. Uh, das klingt furchtbar. Das mag die kugelige Feder gar nicht. Da bleibt sie sogar ein bisschen in Papier hängen. Also das ist dann eher fein, sage ich mal. Ich finde, für eine mittlere Feder ist die recht kräftig und recht breit. Ich bin eher der Meinung, dass sie, hoppla, jetzt geht es wieder mal nicht, dass es hier vom Schriftbild her eine B-Feder ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So kann man ja mal hier mit herschreiben. Okay, dann schauen wir mal, ob wir Variationen hineinbekommen. Ja, ganz klar, seht ihr hier. Der hat immer mal dann einen kleinen Aussetzer her. Aber hier. Okay, also das haben wir. Tintenfluss selber. Hervorragend. Kann man auch nichts sagen. Und ja, dann soviel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Lamy 25P. Okay, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Lamy 25P. Ja, mir gefällt gut, dass er qualitativ sehr hochwertig verarbeitet ist. Wie gesagt, er wurde zwischen 1976 und 1980 hergestellt. Und als ich ihn bekommen habe, habe ich ihn gereinigt und habe eine Tintenpatrone reingemacht und habe losgeschrieben. Also ganz fantastisch, muss ich sagen. Mir gefällt auch, dass er internationale Standardpatronen verwendet. Also wie gesagt, diese Pelikan-Großraumpatronen, die passen perfekt. Ich hatte aber auch schon alte GH-Patronen drin, die passen genauso gut. Und ja, da gibt es kein Problem damit. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Schreibgefühl. Die Stahlfeder macht ein schönes Schriftbild. Diese MK-Feder finde ich außergewöhnlich und ich finde, es sieht toll aus, muss ich sagen. Der Tintenfluss ist hervorragend. Es ist ein schönes Design. Ich mag dieses Bauhaus-inspirierte, schlichte Design. Das ist ein sehr schöner Füllfederhalter. Also muss man mögen und dann, glaube ich, hat man da ein richtig tolles Vintage-Stück. Was gefällt mir weniger gut? Eigentlich sind es nur zwei Dinge. Einmal ist es, dass ich keinen passenden Converter bisher gefunden habe. Das ist jetzt kein Problem von Lamy, weil es war zu der damaligen Zeit einfach nicht der Fall. Und zum anderen, dass er ab und zu beim Anschreiben so leichte Aussätze hat, dass man nochmal hinterher gehen muss. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Ich finde die Feder, wie gesagt, diese mittlere Kugelfeder von Lamy, die finde ich fantastisch. Ich finde, das Schriftbild ist toll. Und da ist dieser kleine Mangel zu entschuldigen. Ja, würde ich mir wieder kaufen? Ich würde mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich habe ihn in einem Convolut bekommen, zu einem sensationellen Preis, muss ich dazu sagen. Ich habe mich jetzt nochmal umgeschaut bei eBay Kleinanzeigen und bei eBay. Also wenn ihr den so haben wollt, so in dieser Form, sage ich mal, ohne die entsprechende Verpackung und was da sonst noch früher mit dabei war, dann müsst ihr ungefähr so 80 Euro dafür anlegen. Das müsst ihr wissen, müsst ihr entscheiden. Es ist halt ein Vintage-Stück und wer auf Vintage-Füllfederhalter steht, der macht hier sicherlich keinen Fehler. Ich würde mich auch nie abschrecken lassen von der MK-Feder, die so als Anfänger-Feder im Netz da gehandelt wird. Ich finde es schön. Ich finde es ein schönes Schriftbild und ich werde ihn auch dauerhaft hier bei mir verwenden. Ja, so viel zum Lamy 25P. Dann freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich bin gespannt, ob ihr auch gute Erfahrungen mit dem Lamy 25P gemacht habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.